Ja, hallo an die ganze Pixelplausch-Gemeinde. Ich durfte mit Freude feststellen, dass ich da mit meinem Thistopium-Bild diesen Contest von Tom Krieger gewonnen habe. Natürlich ein ganz herzliches Dankeschön da an die Jury für das Vertrauen, aber natürlich auch dem Tom für die Organisation von diesem tollen Contest. Ich denke, wenn ich in dem Sinne diesen Preis gewonnen habe, möchte ich aber auch etwas zurückgeben. Und ich denke, vielleicht habt ihr etwas davon, vielleicht interessiert es euch, wie ich mein Bild erstellt habe. Ich mache da ein kurzes Making-of. Ich gehe auf die einzelnen Schritte ein. Natürlich ist es nicht ein Tutorial, das würde ein bisschen zu lange dauern. Als erstes gerade mal, wie habe ich gestartet? Und da habt ihr wahrscheinlich alle genau gleich gestartet. Ihr habt diesen Text gekriegt von Tom und mir wurde da natürlich schon einiges klar. Ich finde es wichtig, wenn man so einen Text hat. Das ist wie eigentlich auch ein Auftrag von einem Klienten, damit man wirklich sehr, sehr genau an diesem Text dran bleibt. Und das ist auch der Spass der ganzen Sache. Wenn man da einfach ein Bild machen möchte, vielleicht ist das nicht gerade meine Wohlfühlzone, aber vielleicht ist es ja genau das, was das Ganze spannend macht. Ich habe da das angemalt, in Notizen gemacht, was da rein sollte in dieses Bild. Also sich eben dieser Rauch und die verdammte Maschine. Dann irgendeine Landung muss irgendwo vorhanden sein. Dieser Ort sollte geheimnisvoll, mystisch sein, eventuell gefährlich. Pizar und wirklich die zwei Sonnen haben mich beschäftigt. Wie sehen die Schatten aus bei zwei Sonnen und sie drohen nie unterzugehen. Das bedeutet auch, dass es dort heiß ist. Es ist eher eine Wüstenlandschaft als irgendwo eine schöne paradiesische Landschaft. Und das wird auch im nächsten Bereich gerade erwähnt, dass es früher mal ein Außenposten war, der paradiesisch schön ausgesehen hat. Es hat also doch viel Pflanzen gehabt, Wasser gehabt und das hat mir natürlich die Idee für die Formen auch mitgegeben und mir geholfen. Und dann der Schluss, ich hatte keine andere Wahl, doch plötzlich. Und da muss man irgendeine Aktion ins Bild reinbringen, damit man diesen Moment erfassen kann. Also die Optik ist schon gegeben, es sind die einzelnen Punkte gegeben. Mit diesem Text konnte man, denke ich, schon sehr, sehr viel machen. Dann hatten wir ja von Matthias diese beiden Bilder gekriegt. Diesen hier und diesen hier. Für mich war der Fall eigentlich sofort klar, als ich die Bilder angeschaut habe. Es war ja dieser Moment vom Dystopium, den man einfangen muss. Und ich finde diesen Kerl ja schon nett, aber er steht so da. Das ist ein schönes Foto. Ich möchte da auch nicht auf die Qualität irgendwie da zu sprechen kommen. Das ist gut, aber ich meine nicht, dass es jetzt für diese Szene, für mich war es einfach nicht geeignet. Denn hier hatte man wirklich auch im Ausdruck, in der Haltung, diese Person ist bereit oder erschrocken. Da ist Spannung im Bild drin. Also für mich war es klar, ich habe diesen auch dann genommen. Als nächstes habe ich mir zuerst mal eine Idee skizziert. Ich mache das gerne mit Tonwertbildern. Ihr seht, ich habe den Kerl da ausgeschnitten mit dem Pinselwerkzeug, dass es wirklich sehr genau ist auf diese Größe. Das hat ein bisschen gedauert, aber das ist eine gute Freistellungsübung. Und es wird dann auch sehr schön sauber. Ich habe dann mal überlegt, wie sehen die Strukturen aus. Also es sollte bizarr sein. Dann durch das auch, muss ich vielleicht nochmal einen Stift da nehmen. Habe ich da eine neue Ebene. Das Ganze rot. Habe ich da diese Formen genommen. Die sollten eine gewisse Bizarrtheit zeigen. Schauen da. Also diese Formen da und auch da. Wichtig ist auch eine Form immer wieder zu übernehmen. Also ich habe nicht nur einmal so einen Felsen gemacht, sondern ich habe es probiert, diese Formen immer wieder zu zeigen. Dass eine gewisse Landschaft dann einen Charakter kriegt. Wenn man immer wieder neue Formen probiert, dann gibt es keine Einheit. Meistens ist eine Landschaft irgendwo ein bisschen einheitlich. Das Ganze habe ich dann auch noch etwas genauer angeschaut von der Perspektive her, bevor das ich gemalt habe oder noch weiter ausgeführt habe. Da ist etwa der Fluchtpunkt anhand von dieser Person. Diese Person hat mir eigentlich auch die ganze Perspektive gegeben. Es bringt nichts, einen schönen Hintergrund zu malen und die Person, die kann ich nicht verändern. Also das ist eigentlich der absolute Fixpunkt im Bereich der Perspektive. Dann habe ich den Horizont hier unten gewählt. Natürlich auch, weil das Bild eher von unten fotografiert wurde. Ich habe dann den Horizont noch etwas verstärkt. Dann hatte ich die Bildaufteilung weiter kreiert und zwar eben mit Drittelsrechnungen hier da schön klassisch oder natürlich auch sehr beliebt mit dieser Spirale. Da hatte ich eigentlich auch probiert, das Ganze dann einzurahmen und das hier auf dieses Zentrum zu zielen von dieser Person her. Es gibt einen Rahmen, es zielt auf das Zentrum. Natürlich ist die Sonne noch stark hier und hier, aber wenn da die Person oder besser gesagt dieser Punkt, wo diese Person ja drauf zielt hier, gibt auch noch schöne Diagonale hier, dann habe ich in diesem Bereich einen sicherlich wichtigen Fokus, einen Fokuspunkt, also einen Fokuspunkt, wo man hinschaut. Man sieht sicherlich zuerst die Person und dann zielt man mit den Augen hier drin. Die Formen sollten das ein bisschen unterstützen. So, jetzt sieht man am Wald nichts mehr. Ich hatte zuerst noch die Überlegung, das Ganze nicht im Hochformat, sondern im Breitformat zu machen. Die Gefahr ist einfach, das war mir dann da ein bisschen gut, die Spirale bräuchte ich nicht, aber wo schaut dieser Kerl dann hin? Oder? Er zielt ja darauf und das Bild geht darüber. Ich hatte ihn dann kleiner gewählt, aber dann wäre er nicht mehr so dominant. Das sollte doch ein bisschen ein Hauptpunkt bleiben. Ich hatte mir dann ein bisschen auch überlebt, ob ich vielleicht hier, da muss ich doch nochmals zeichnen, einfach nur den Fuss zeige von einem Riesending. Das hätte man eher in die Breite ziehen können, aber ich habe dann das verworfen und gedacht, warum nicht auch so ein bisschen die Höhe ausnutzen, wenn ich schon diese Vorlage gekriegt habe. Die Tiefenstaffelung habe ich probiert zu zeigen mit diesem Tonwertbild. Das spricht nach in die Tiefe, werden die Kontraste immer feiner. Tendenziell wird es immer in den Grundfarben immer heller. Natürlich gibt es dann im vorderen Bereich auch große Kontraste, helle Töne, aber die Tonwerte des Bildes, also eigentlich das Schwarz-Weiss-Bild, sollte gegen hinten immer heller werden und da kriegte ich da die nötige Staffelung. Auch zu hinten wollte ich irgendwo noch diese ehemaligen Aussenposten definieren. Da habe ich einfach mal mit einem Pinsel eine Struktur reingetan. Ihr seht dann aber auch, dass es zum Teil wieder nicht ganz so ausgesehen hat am Schluss. Aber ich konnte mir schon etwas vorstellen und der Vorteil ist, dieses Bild in diesem Zustand hat eigentlich schon funktioniert für meinen Geschmack. Das heisst, was jetzt dazu kommt, ist nur noch Kosmetik. Ich bin dann mal ein bisschen recherchieren gegangen, betreffend den Farben. Da natürlich unweigerlich, bei zwei Sonnen kommt man auch das Bildern von Star Wars. Hier ein schönes Matte-Painting übrigens. Und auch, was mich interessiert hat, ist vor allem auch die Lichtidee. Natürlich, die sind jetzt tiefer, die Sonnen bei mir sind etwas höher, weil ich wollte ja dieses Brennen haben. Aber wenn ich genügend, das sieht man auch hier schön, genügend, wie soll ich sagen, Atmosphäre hat, dann ist die Sonne nicht so direkt, als dass es irgendwie, da sieht man auch, keine grossen Schatten. Und dann habe ich auch die Problematik mit diesen zwei Schatten, die es geben kann, weil die zwei Richtungen der Sonne, zwei verschiedene Schatten geben sollten. Die ist dann ein bisschen abgemindert. Mir ging es hier aber auch noch um die Farben. Und auch, was ich wollte, ist vielleicht ein bisschen gegen den Horizont runter, vielleicht auch ein bisschen Blautöne drin. Da haben wir diese Bilder sehr, sehr geholfen. Dann ging es noch einen weiteren Schritt darum, jetzt muss ich da gucken, dass ich das Richtige habe, die Strukturen zu wählen. Ich habe hierzu, ihr seht da, ich habe da bereits ein bisschen begonnen. Das ist genau dasselbe hier. Da habe ich zuerst mal eingefärbt diese einzelnen Ebenen. Ich habe auch diese einzelnen Ebenen alle ausgeschnitten mit dem Lassowerkzeug und auf verschiedene Ebenen getan. Also diese Berge sind alle in einer eigenen Ebene. Das zeige ich dann gerade. Aber zuerst noch mal zu dessen Strukturen. Ich wollte Fototexturen natürlich nehmen. Das geht nicht anders in diesem Detailgrad. Und hierzu habe ich eine tolle Seite. Das ist fotobash.org. Und zwar ist es, was hier eben toll ist, gegenüber diesen eher vielleicht bekannten Textures, also ehemals CG Textures, dass ihr hier von einem Thema eine grosse Ansammlung von Fotos kriegen könnt. Ich habe hier die Porous Rucks, also diese porösen Felsen genommen. Und das Poröse, das hatte ich eigentlich eben genau zeigen wollen. Es ist ja bizarr, aber es hatte früher mal paradiesisch ausgesehen. Also es ist Wasser dort. Und wenn Wasser und Stein arbeiten und vielleicht noch Gase irgendwo drin sind, dann kann es eben genau solche Dinge geben. Und jetzt seht ihr, das kostet 2 Dollar. Und wenn ich die auf den Preview drücke, dann seht ihr die 120 Bilder. Und das ist ein ganzer Satz für 2 Dollar. Und es sind 120 Bilder. Und der Vorteil ist, man hat sehr, sehr ähnliche Bilder, sehr, sehr ähnliche Texturen, aber immer von anderen Ansichten. Und genau das wollte ich ja. Wenn ihr nur 2, 3 Fotos habt und ihr möchtet ein solches Bild texturieren, dann habt ihr zu viele Wiederholungen. Ihr seht die Strukturen, seht die immer und immer und immer wieder. Und das wollte ich vermeiden. Und das kann man vermeiden, wenn man so ein Pack kauft, wie dieses zum Beispiel, für schlappe 2 Dollar. Und man darf sie auch kommerziell nutzen. Und da habt ihr wirklich, da seht ihr diese Form und diese Form, diese Form, die sind sehr ähnlich in der Art. Aber natürlich könnt ihr die immer und immer wieder verwenden, in verschiedensten Varianten. Und ihr habt keine Wiederholungen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man mit Texturen arbeitet, dass man, auch wenn man selber Texturen fotografiert, dass man nicht einen Felsen einmal fotografiert, sondern vielleicht 300 Fotos macht. Und das findet vielleicht die Frau oder die Freundin oder der Freund auch immer sehr langweilig, wenn man dann zu Hause die Ferienfotos anguckt, und man hat 1200 Fotos und 1150 Fotos in irgendwelche Texturen und 50 Mal ist dann die Familie drauf. Das muss man dann argumentieren und erklären oder vielleicht gar gerade am Anfang weg. Ich verliere mich da. Also, die Texturen sollten nicht zu eng sein, aber wenn man immer dieselben hat, ist es einfach sehr viel besser. Nun, da habe ich, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Wir gehen jetzt da von hier aus nur noch in Photoshop rein. Also, wie ich denn das, ich habe natürlich diese Größe hier. Ihr seht, das ist, das ist 100%. Das ist sozusagen ein Thumbnail, eine kleine Skizze. Ab hier arbeite ich, seht ihr auch hier unten bei 12,5% mit dem grossen Format. Die Texturen, die sind jetzt natürlich hochauflösend. Ich habe also hier meine Ordner gemacht und ich bin ein Fan von sehr genauen Ordnerstrukturen. Natürlich sieht das jetzt noch wenig aus, aber wenn ich da die Felsen auftue, da seht ihr, habe ich da links 1, links 2, Brücke 3, rechts 4. Das sind immer so verschiedene einzelne Felsen, die ich auf Ebenen platziert habe und dann in Ordner natürlich verpackt. Ich möchte das Beispiel jetzt an einem Felsen zeigen, wie ich die Brücke 3, das ist eben da dieser Brücke, das ist der ganze Bereich von links nach rechts. Ich habe also diese Schwarz-Weiss-Bilder eingefärbt, immer mit Hilfe von einer Tonwertkorrektur, indem ich einfach da die Sättigung, nein, es ist nicht eine Tonwertkorrektur, sondern Farbton-Sättigungskorrektur. Mit dem kann ich immer gucken, dass mir die Tonwerte nicht weggehen. Also ich nehme einfach die Farbe raus und das sieht dann auch schwarz-weiss immer noch gut aus. Sprich, ich habe jetzt also das eingefärbt mit einer Grundfarbe und habe dann die verschiedenen Ebenen gefüllt mit Texturen. Und ihr seht, ich habe viele Texturen verwendet, weil man sollte ein bisschen flexibel bleiben. Dann habe ich auch immer hier, seht ihr, die Ebenenmasken erstellt. Und nur von hier bis hier hatte ich schon ganz viele Fototexturen verwendet. Bis jetzt ist es okay. Natürlich ist jetzt hier, wenn ich die Tonwerthilfe wieder einpacke, reinpacke, das ist nicht so die Tiefe, die ich wollte. Also die Tonwerte stimmen noch nicht. Auch von den Details, das sind zu viele Details. Für so eine Distanz sind es zu viele Details. Aber die Details möchte ich nicht in den Fotos rausnehmen, sondern ich mache das einfach mit Einstellungsebenen. Und ihr seht, hier habe ich verschiedene Einstellungsebenen. Zum Teil als Start immer eigentlich eine Tonwerkkorrektur. Ich habe das Ganze ein bisschen in den Kontrast runtergenommen. Dann habe ich da auch ein bisschen abgedunkert. Jetzt wird es sehr dunkel natürlich. Es ist auch nicht immer linear. Meistens gehe ich dann wieder einen Schritt zurück. Das ist so ein bisschen eine Übungssache. Da wurde es wieder heller. Aber es ist schon einiges passiert von hier bis hier. Auch da in diesen Bereichen Schatten eingezeichnet, weil die Sonne sollte ja eigentlich da in diesen Bereichen Schatten geben. Dann weiter das Ganze mit einfach einem weichen Pinsel zurückgedrückt. Ich habe da einfach eine neue Ebene genommen und mit einer hellbraunen Farbe das Ganze mit der Schnittmaske natürlich etwas weniger kontrastreich gestaltet und übermalt. Und das Schöne ist, diese Ebene kann man natürlich jederzeit auch wieder reduzieren. Und das ist ein Spielen. Das gibt nicht eine Regel, wie weit man da weiter muss. Und es ist auch nicht so, dass das beim ersten Mal klappt. Und solche Felsen, die gehe ich immer wieder weiter weg, wieder zurück, wieder hin und zurück. Also das ist ein, das geht nicht aufs erste Mal. Das braucht eine Zeit. Das ist wie ein Bildhauer. Man kann nicht das letzte Detail aufs erste Mal reinschlagen. Man muss immer wieder zurück, nahe, immer wieder näher ans Bild ran, bis man es hat, dass einem gefällt. Und dann zum Schluss noch Licht reingetan. So habe ich natürlich all diese Felsen gemacht. Da muss ich natürlich nicht alles weiter hinzufügen. Dann habe ich mir diese Person dann mal vorgenommen. Natürlich, diese Person ist immer wieder gekommen. Auch vom Platz her, da sind die Figuren, da habe ich da meinen Fighter. Da seht ihr eigentlich von der Größe her. Ich habe ihn auch einen Ort getan, den er etwa, ja, den gut ist, auch vom Bild, von der Bildgestaltung her. Und auch da musste ich einiges natürlich erledigen, dass das besser reinpasst. Das muss ich jetzt nicht alles erklären mit Einstellungen sehen. Und das heisst nicht, dass die alle nötig sind, sondern ich habe mich einfach da immer weiter ans Ziel ran gekämpft. Und es hätte vielleicht auch mit weniger gereicht. Aber das ist eben diese Prozessarbeit. Das ist jetzt nicht ein fertiges Photoshop-Dokument für den Verkauf, sondern das sollte eigentlich meine Arbeit zeigen. Und ihr seht da schon, da seht ihr schon, auf ein paar hundert Ebenen am Schluss. Aber das ist, ja, denke ich, keine Leistung, viele Ebenen zu machen, sondern Ziel ist, dass es am Schluss möglichst gut aussehen tut. Oder probiert, dass es möglichst gut aussehen tut. Also ich habe das angepasst vom Licht her, jetzt müssen die Sonnen da rein, habe ich die genommen. Die bestehen einfach aus zwei Ebenen. Ich habe jeweils einen Kreis gemacht und dann noch ein bisschen Schein rundherum, auch hier. Okay, jetzt beginnt es schon mehr zu leben. Und jetzt musste ich einen weiteren Schritt gehen, denn bis jetzt hatte ich in Photoshop gearbeitet und ich wollte ja eine Kreatur haben. Diese Kreatur habe ich dann in Seabrush erstellt, weil es sich eignet und diese Kreatur sollte auch die Eigenschaft haben, ein bisschen diese Welt zu zeigen. Also es ist eine verlassene Welt, eine kaputte Welt für Tiere vielleicht nur noch möglich, indem sie sich auch dementsprechend mutiert haben. Und dazu habe ich dann so eine in Seabrush eine vogelähnliche Kreatur gemacht. Durch die ganzen Einwirkungen sind die Feder nicht mehr nötig gewesen, aber der Schnabel und wahrscheinlich die Möglichkeiten von der Nahrungssuche blieben. Fliegen ist vielleicht, ich weiß auch nicht, nicht mehr möglich gewesen. Durch die Mutation hatte sie da auch noch mehrere, also die Flügel wurden zu Händen und vielleicht sogar noch zu vier verschiedenen Händen. Jetzt Leute, die mit Seabrush arbeiten, können sich vorstellen, dass das eine ziemlich schlechte Arbeit ist. Seht man die Hinterseite. Jetzt mir ging es darum, auch irgendwann mal fertig zu werden und ich wollte diese Kreatur wirklich nur für dieses Bild machen. Und darum, ich habe mir ja im Vorhinein schon die Idee gemacht und wie diese Figur auf diesen Menschen herunterschaut. Und darum habe ich mir einfach die Zeit gespart und die Hinterseite da weggelassen. Ihr seht auch, die Strukturen sind da noch nicht ausgearbeitet. Ebenfalls die Hinterbeine, Füße sind extrem aufwendig, wenn man die sauber machen möchte. Das seht ihr auch bei den Händen. Die müssen eine gewisse Qualität haben, aber ich wusste, dass ich sie da, diese Figur, auf diesen Stein stellen werde. Und da habe ich mir einfach die Zeit gespart oder einfach, man war vielleicht ein bisschen zu faul und habe gedacht, da kommt dann sowieso ein Stein davor, damit auch die Figur mehr in die Landschaft kommt. Gerendert habe ich dann das Ganze, weil Seabrush und Keyshot eine gute Kombination ist in Keyshot. Ich habe da eine Pause gedrückt, dass man da nicht den ganzen Rechner runterschmiert. Da ist die Figur. Der Hintergrund habe ich ja bereits schon so weit erstellt und das ist immer gut dann auch fürs Ausleuchten von 3D-Objekten. Da kann man nämlich hier mit der Rotation von diesem HDRI-Bild die Beleuchtung verändern. Und das Ganze ist ja nicht ein 3D-Bild, also habe ich mir ganz viele Bilder erstellt. Besser gesagt, verschiedene Varianten mit Materialien und Lichtsituationen, weil das ist noch ein bisschen schwierig, eine Lichtsituation von hier oben und von hier unten zu kreieren in einem 3D-Programm. Also es ist nicht schwierig, aber es ist sehr aufwendig. Das geht ja viel schneller in Photoshop, weil ich ja dann ohnehin in Photoshop weitergearbeitet habe. Das hat dann so ausgesehen, das ist die Grundform. Seht, ich habe so wie ein Stein genommen als Material, dann noch ein bisschen Metallic, das Ganze ein bisschen aufhält. Und dann habe ich verschiedene Render-Parser, sagt man denen, reingetan, um das Ganze besser auszuleuchten. Das ist jetzt die Sonne unten und dann kam die Sonne oben und da auch noch ein bisschen mehr. Das war dann etwa die Figur. Natürlich für ein 3D-Objekt von der Nähe wäre das etwas zu ungenau, aber es ist ja nur ein kleiner Teil und den habe ich dann hier oben als zweite Figur dann auch eingefügt. Natürlich seht ihr, ich habe sie eingefügt und auch da wieder wie beim anderen Bild mit ein paar Ebenen noch etwas saftiger gestaltet, dass das Ganze hier auch von der Lichtqualität her etwas besser passt. Das wäre die Figur gewesen, also dieses Monster. Die Figuren sind jetzt drin und dann ging es noch um das Schiff, weil die Idee mit diesem Schiff muss irgendwo noch reinkommen. Aber ich wollte das Schiff nicht zu dominant kreieren, sondern nur ein kleines Objekt in der Ferne mit diesem Objekt noch die Geschichte fertig erzählen. Ich habe hierzu auf ein altes Bild zurückgegriffen, das ich mal gemacht habe in Cinema. Und zwar ist das, es ist übrigens nicht nötig, da all diese Programme zu haben. Es ist einfach, wenn man es schon mal gemacht hat und wenn man die Dinge kennt, dann hilft es einfach auch. Natürlich kann man da auch mit Fototexturen, die man irgendwo fotografiert hat, arbeiten. Ich habe sie seinerzeit hier die Serenity aus, was war die Serie schon wieder, Firefly nachgebaut in etwa und die hat gerade hierzu gepasst. Ich habe das gerendert, ich habe den genommen. Auch das ist natürlich überhaupt nicht nötig. Es sollte jetzt auch gar keine Show werden, aber mir geht es nicht um die Programme, dass die jetzt besonders toll sind, sondern das sind einfach Werkzeuge für das Bild. Okay, jetzt warten wir da auf das Bild. Ich hoffe, das kommt heute noch. Da seht ihr hier unten die Serenity, ist nur noch das Hinterteil, das ich haben möchte, diese Kapsel, natürlich nicht das ganze Schiff. Und auch hier der Vorteil ist natürlich, man kann mit Programmen wie eben Keyshot oder auch Renderprogrammen wie Octane, kann man da das Licht verändern. Und auch dieses kleine Detail, da geht es einfach schnell, wenn schon mal die Grundstimmung des Lichtes stimmt und dann in Photoshop einfüge. Ich mache jetzt das zu, speichere ich nicht. Und dieses Schiff kam da auch noch rein. Und beim Schiff natürlich, ich da ein bisschen näher ran zoome. Und da seht ihr, das stimmt noch nicht, aber das ist schon mal da. Ich habe den noch maskiert. Da, da, die ganzen Sachen und der schöne Rauch noch dazu. Das Gebäude im Hintergrund. Da hatte ich zuerst auch etwas mit 3D machen wollen, es war mir dann aber viel zu umständlich. Ich habe zwei Fototexturen genommen, diese und diese. Diese einfach schön, nicht schön, aber schnell mit dem Auswahl, da, Farbbereich oder man könnte es auch über Kanäle freistellen, wie auch immer. Ups, so, brauchen wir jetzt gerade nicht. Und, wenn ich das jetzt da vielleicht doch noch schnell anschauen möchte, ich habe das dann da als Smart Objekt gespeichert. Mir ging es eben noch darum, wegen der Unschärfe, das sollte eigentlich, die Struktur sollte nur noch als Silhouette sichtbar sein. Wenn ich jetzt da in dieses Reingehe, seht ihr, ich habe es einfach mit einer Farbe übermalt. Und, was vor allem eben interessant ist, man konnte noch ein wenig Unschärfe ins Ganze reingeben, damit es einerseits schon die feinen Strukturen auf diese Distanz lassen etwas sehr, sehr gross wirken. Aber das ist sehr, sehr gross, weil so weit weg, aber so viele Strukturen, das ist etwas Grosses gewesen. Diese Riesenstation vielleicht, aus diesem guten alten, goldigen Zeitalter von dieser Aussenstelle da. Von dieser Aussenstelle und darum als kleine Figur noch im Hintergrund, aber nicht allzu scharf. Und vor allem keine Details, nur die Silhouette, weil die Sonne so nahe ist, sollte man da gar keine Strukturen sehen, sondern nur die Silhouette. Und darum ist es auch nicht nötig, da irgendetwas mit 3D Gross noch in stundenlanger Arbeit zu bauen. Ich habe da Atmosphären noch reingetan und das ist eben, diese Figur tut sich von dem Hintergrund noch zu wenig abheben. Mit einer Atmosphäre-Ebene, das spricht einfach eine neue Ebene mit einem weichen Pinsel, das Ganze einfach getrennt. Ob es dort so eine Atmosphäre braucht, von der Atmosphäre, von der Landschaft her, ist mir eigentlich egal. Es braucht sie einfach für das Bild. Ihr seht in diesem Bereich, dieser Nacken, diese Form hier und da diese Knochen, die kommen einfach jetzt zur Geltung, weil sie sich abheben. Das Bild wird leserlicher. Auch hier bei dem Kämpfer oder bei diesem Hero. Natürlich ginge es hier, aber das gibt einfach noch mehr Abstand zum Hintergrund. Und ja, ich denke da, diese Atmosphäre schadet dem Bild sicherlich nicht. Dann, das denke ich, macht die alle auch am Schluss noch, das Ganze etwas knackiger gestaltet. Ich habe da die tolle, wirklich tolle, die war wie absolut neu, mit dem vom Tom Krieger diese Lichtmethode. Also man nimmt weissfarbig abwedeln und dann mit einer Farbton-Sättigungsebene schmiert man da schöne Lichter rein. Und das ist wirklich so eine tolle Methode, die habe ich gerade ein paar Mal verwendet. Dann zum Teil noch etwas korrigiert. Ich denke, da muss ich nicht alles durchgehen. Color Lockups und das war es dann auch zum Schluss. Das ganze Bild, für das ganze Bild hatte ich etwa sechs Wochen Arbeit. Natürlich habe ich nicht sechs Wochen durchgearbeitet, sondern dieses Bild hatte ja absolut Zeit. Also wir mussten ja nicht das Ganze in zwei Tagen raufladen. Und dann ist es mir immer wichtig, dass ein Bild auch wachsen kann. Und oftmals schaut man es einem Tag später an und denkt, naja, das ist nicht so gut. Und wenn man dem Bild genügend Zeit gibt, dann kann es auch reifen. Und dann oftmals ist man nicht so sicher. Aber eine Woche später merkt man, doch genau das ist es. Oder eben, das ist es überhaupt nicht gewesen. Also wenn ihr wieder mal so etwas macht, ich empfehle euch immer, nützt die Zeit, die ihr bekommt und legt das Bild weg. Nehmt es wieder mit frischen Augen hervor und lasst euch auch nicht stressen. Auch wenn ihr mal ein Bild halt ein paar Stunden mehr braucht. Es lohnt sich, es macht einfach viel mehr Spass, wenn die, ja ich denke, wenn ihr auch selber zufrieden seid. Diese Techniken, die ich hier angewendet habe, natürlich 3D geht ein bisschen weiter. Aber die ganzen Felsen, wie soll ich sagen, die ganzen Texturierungstechniken, das sind eigentlich Photoshop-Techniken, die Photoshop, man muss Photoshop nicht bis ins letzte Detail kennen. Das sind Einstellungsebenen, das ist mehr eine Übungssache, ein Gefühl für die Texturen haben und es muss nicht ein riesen Technik-Freak dahinterstehen. So, jetzt habe ich lange geschwärts, ich weiss gar nicht, wie lange es war, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas zeigen. Vielleicht habt ihr auch etwas noch Neues dazugelernt. Gerne kann ich auch Fragen beantworten. Schreibt sie mir per Mail oder in Facebook, wie auch immer. Ja, ich freue mich wirklich, dass das Bild einen tollen Anklang gefunden hatte. Und wie gesagt, allen eine gute Zeit und dem Tom einen lieben Gruß.